Hallo Freunde, wir sind beim Legacy Event in Ulm. Ihr habt es vielleicht auf Twitch gesehen. Hier kommen die Watts. Wir spielen Doomsday in meinen Händen gegen Lance von Tobi. Und Tobi startet mit Bochuka-Bock. Das ist halt tatsächlich einer der schöneren Starts, wenn man gegen Lance spielt. Keine Sphere-Turn-1. Ich fetch auf eine Island. Immer gegen die Baseline-Decks. Das ist doch ganz cool, wenn man Basic Lance fetchen kann. Vor allem in so einem Cantrip-Deck. Und dann Island Ponder-Turn-1. Was gibt es Geileres? Das ist doch der Grund, warum man Legacy spielt, oder? Okay. Tobi mit einer Saga. Seht schon, die Kamera hat echt Probleme bei dem Full-Foil-Japanese-Deck mitzuhalten. Und da kommt die Sphere of Resistance. Force of Will, weil die schlägt tatsächlich Doomsday fast nicht. Ähm. Okay. You see. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was ich gepondert habe, wenn ich ehrlich bin. Okay. Dark Ritual. Mhm. Doomsday. Das macht Sinn. Schauen wir mal, ob ich direkt den Win habe. Ich glaube es ja wahrscheinlich nicht. Gegen Lance hält man normalerweise, oder ich zumindest, nicht mehr so Hände, die all-in gehen. Weil, ein Sphere, eine Needle, irgendwas, ne, Endurance im Main-Deck oder so. Mein Spiel 1 ist es noch besser, aber, ja, schon schwierig. Aber könnt, falls ihr mit Doomsday-Erfahrung habt, was ihr so haltet gegen, äh, gegen Lance, würde mich interessieren. Ich baue auf jeden Fall mal Pile. Es ist auch so ein Feedback, was ich bekommen habe, ähm, und ich finde es ganz schön, mal zuzuschauen. Piles bauen kann ja doch recht lang dauern im Doomsday-Deck. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie so langes Turnier spielt, sollte man versuchen, das so schnell wie möglich zu machen. Ich ändere hier noch was, weil ich, äh, lege mir noch ein Days oben hin. Äh, Cycled Days, das weiß ich noch. Ähm, wenn ich Angst habe, fahren nochmal nach Sphere. Äh, die Lance-Tags spielen, vor allem die in Ulmometer, die gegen unsere Combo-Tags spielen müssen. Die spielen halt immer maximal, äh, Sphere-Hate. Okay. Dann ist das der Pile. Wir gehen auf die Hälfte der Leben. Das werden abgerundet hier 9. Und dann auch ein guter Tipp, was man geben kann gegen Doomsday, dass wir das volle Deck natürlich sehen nach dem Doomsday-Pile. Das heißt, ähm, außer den 5 Karten und den Handkarten sieht das Opponent alles. Und es macht auch Sinn, dass ihr das macht. Okay. Genau, da kommt noch das Preordain. Das ist, damit ich das Days in die Hand nehme. Ich habe keinen Kill, ich habe keinen Weg, direkt zu töten. Bin ich gespannt. Ich weiß noch ungefähr, was passiert. Ich glaube, ich war, ah, ja, okay, ja. Ich sehe das Wasteland. Ich sehe, dass, äh, Tobi es mir leicht macht. Ich darf, ich habe tatsächlich eine Sphere gegen mich und darf die Dacen und meinen Non-Basic auf die Hand zurücknehmen. Und dann kommt, äh, soweit ich weiß, das Shame Wasteland danach. Ja. Also, da seht ihr schon, obwohl die Hand, obwohl ich das Match-Up auch schon oft gespielt habe, äh, hätte die Hand mich schlagen können von Lance. Und das Spiel 1 und das von Deck, das eigentlich nur Linder legt, mehr oder weniger. Okay. Und trotzdem hat es geklappt, weil, ja, vielleicht nicht das tighteste Play in dem, in dem Zug hier. Dann gehen wir ins Sideboard. Ähm, da gibt es ja bei uns auf dem Channel diesen Sideboard-Guide, äh, falls euch das interessiert, was man, was man boardet. Ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit wahrscheinlich abgewöhnt, Sheldrits zu boarden. Weil doch dann in unserem, in unserem Meta, zumindest bei uns, Karakas und die Drop-Rotation drinbleiben. Ähm, muss, kommt immer auf das Ding an. Also, die, die Jungs spielen auch gerade einen Waze-Splash manchmal noch und haben einfach Swords to Blowshare main. Von dem her ist so ein Dark Ritual in the Sheldrits nicht mehr so der Knaller, muss man gestehen. Und ja, genau, Endurance kommen rein, ähm, gibt ganz coole Sideboard-Planer, da sieht man schon die Swords reinkommen bei Tobi, beziehungsweise drin behalten. Und insgesamt ist es so, dass Lance einfach versucht ein bisschen noch, ein bisschen mehr Height zu bringen und so random mal einen Loam rauszuborden. Man kann eine Dark Devs oder zwei rausboarden, weil eh die Saga wichtiger ist in dem Match-Up und nicht der schnelle Token. So schnell ist man meistens nicht. Und, ähm, Shadowsphere kann man raus, Shadowspear kann man rausnehmen wahrscheinlich. Genau, da sieht man, das Crucible kommt raus, das random Bochuga-Bock kommt raus. Und, äh, ja, da sehe ich Jokes, oh Gott sei Dank, die habe ich nicht gesehen. Äh, ja, Jokes, ähm, sind auch gut, also dass Islands nicht mehr enttappen. Ähm, ja, und an sich geht es darum, noch mehr Mana-Denal zu machen von Lance. Das heißt, uns noch zu verlangsamen, sodass die Saga, die Saga-Tokens gewinnen können. Nebenbei, falls ihr uns jetzt das erste Mal sieht, wir versuchen jetzt öfters unsere Legacy-Events, die sind monatlich, aufzunehmen. Ähm, die kommen dann auch live auf Twitch, entweder bei mir auf dem Channel, at Anna Freakley oder beim Haupt-Channel magic-blogs.de, je nachdem, wer eben da ist von uns. Ähm, und danach versuchen wir das hier auch auf YouTube zu bringen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schreibt uns doch, was ihr an Verbesserung habt. Deswegen, äh, steht es auch hier drin. Ähm, wir versuchen es so realistisch vom Aufwand wie möglich zu halten. Das heißt, wir machen jetzt keine Four-Interviews, wie wir es bei den Nationals angefangen haben. Und dann blenden irgendwie Gesichter ein und machen Live-Counter. Das muss jetzt übers Handy gehen. Wir verbessern noch ein bisschen die Beleuchtung. Aber ich glaube, das ist für den ersten Versuch schon ganz cool. Falls ihr noch Ideen habt, äh, schreibt sie gerne in die Kommentare. Auch wenn sie ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Aufwand sind. Dann sehen wir ja, vielleicht ist das in der Zukunft was, das sich lohnt. Oder vielleicht mal vereinzelte Videos, dass wir es machen, wenn die Matches nicht so lang sind. Und, äh, in dem Land-Sanage-Up, ich kann ja jetzt zum Glück, weil ich selber gespielt habe, so ein bisschen was drüber sagen, ist es schon wichtig, dass man, ähm, nicht nur einen Weg zur Kombo hat, sondern dass man auch einen Counterspell hat. Und man sieht schon die Hand von Tobi. Er hat halt alles. Er hat halt Spheres und Hate-Glance und, äh, Hate-Cards. Und er hat auch den, den Ramp mit dem Mox-Diamond dazu. Okay. Spielt auch hier direkt 1-4. Und die muss halt, die müsste halt, muss man halt countern. Da geht schon mal ein Oracle. Ist auch so spannend. Ich hab das zweite Oracle nicht rausgebordet. Das ist nochmal was, das ich gerne mal mache. Ähm, aber dann habt ihr natürlich eins, wenn ihr es auf der Starthand habt, zum, zum Pitchen für die Force. Äh, ich fetch immer Basic Island. Das braucht, macht natürlich dann den Combo-Turn, das Doomsday zu casten, schwieriger. Aber Lance hat halt, ja, äh, Wastelance. Spielt leider auch hin und wieder, wieder Ghost-Quarters. Vor allem, wenn sie, in unserem Meta ist ein Ghost-Quarter dabei. Okay. Okay. Und ich hab sogar Turn-1-Doomsday. Coole Hand, muss man sagen. Coole Hand. Jetzt ist die Frage natürlich, wie man den Pile baut. Das ist auch so eine Sache. Ähm, theoretisch kann nach dem Borden alles kommen. Das heißt, es könnte rotes Mana kommen und irgendwie Pyroblast. Es kann Endurance kommen, es kann Sphere of Safety, äh, oder Sphere of Resistance, oder wie sie heißt. Sphere of Resistance heißt sie, glaube ich. Und, ähm, ja, es kann Surgical kommen. Ihr müsst mit einer Needle rechnen, die irgendwie eure Street Raves needlen oder sowas. Ähm, deswegen ist dieses frühe Pile-Bauen, wenn irgendwie der Lance-Gegner noch jede Menge Handkarten hat, so ein bisschen schwierig. Ähm, in der Zwischenzeit ist es so, gerade vor allem, wenn die Waze-Splashen und Spheres drin haben und vielleicht sogar was wie Rule of Law oder so Zeug, dann schaue ich, dass er, dass der Pile ein bisschen langsamer ist vielleicht, aber dass man nicht so, nicht so leicht angreifen kann. Ähm, normalerweise ja auch mit dem zweiten Oracle dabei. Wobei, wie gesagt, die Waze-Splash spielen auch, ähm, so aus der Blau-Share. Das heißt, ihr könnt, wenn die Bib nicht leer ist, wahrscheinlich nicht damit gewinnen, wenn ein Opponent irgendwie Mana offen hat. Gut. Pile-Gebaue. Und dann Exile. Ich glaube, Tobi guckt sich bestimmt das Deck wieder an, was ich geboardet habe, dann sehen wir es auch. Ich glaube, äh, genau, Force of Negations. Ich habe Doughties geboardet gegen den Slome. Äh, einfach als Alternativ-Wincon auch. Weiß nicht, wie gut die sind, das ist immer so ein, ja. Manchmal sind sie gut, manchmal machen sie nichts. Wahrscheinlich gibt es bessere Karten im Sideboard, ähm, gegen Lens. Aber man spielt eben nicht nur gegen Lens. Okay, und dann kommt die Needle. Die Needle. Ja, entweder Edge of Autumn oder Street Rave. Eins von beidem wird Tobi spielen. Und er hat auch noch mal eine Sphere. Okay. All the hate. All the hate. Gut, aber kein Druck auf dem Wort, was schon mal schön ist. Wir sind wieder auf 9 Live, wenn wir so früh Doomsday spielen konnten. Ähm, dann kann natürlich auch ein Wälder. Wälder noch kommen. Das ist alles kein Highlight. Ich spiele mal trotzdem meinen Yuzi. Das hatte ich wahrscheinlich auf der Hand. Okay. Okay, Tobi spielt noch ein Peatland und hat, glaube ich, ein Loam auf der Hand. Ähm, als Pitchkarte, falls Endurance nachzieht. Äh, ich cycle. Consider. Ich habe sogar eine Force oben drauf. Okay. Im Draw wird gecycelt. Ich spiele ein LED. Okay, ich habe die Street Rave. Dann ist Edge of Autumn wahrscheinlich geniedelt worden. Ja, das habe ich auf der Hand. Und habe die Oracle. Und das war's, ja. Also wie gesagt, ihr müsst so ein bisschen aufpassen, was passieren kann. Lance hat meistens immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.